Willkommen zu einem Video des Teilekanals. Nun, um eine Frage zu beantworten, die Sie mir gestellt haben, mal sehen, welches Öl würden Sie meinem Fahrzeug empfehlen? Nun, das beste Öl für Ihr Fahrzeug ist das Öl, das der Hersteller vorschreibt. Das, was im Wartungsbuch steht, ist eine andere Sache, die ich Ihnen sage, Sie müssen dieses Öl mit dieser bestimmten Viskosität hinzufügen und wird. Zusätzlich zu dieser Marke, die Marke und das ist eine andere Geschichte, ok, das ist eine andere Geschichte. Aber ja, wir müssten den Viskositätsgrad respektieren, hier zum Beispiel sehen Sie, dass es 5 Watt 30 sagt. Das kommt in den Deckel, wie gesagt, das wird von einem Motoröleinfülldeckel gebracht. Der 5 auf der linken Seite ist der Viskositätsgrad dieses Öls, das einer Temperatur von 0 ausgesetzt ist, deshalb haben wir W, Winter, Winter und dann 30, was? Der Viskositätsgrad dieses Öls bei 100 Grad Celsius entspricht Temperatur, 100 Grad Celsius, ich sage immer, dass es ein Qualitätsöl ist, sei es eine Marke oder von einer anderen Marke, aber immer ein Qualitätsöl hinzufügen. Manchmal muss man mir sagen, mein Fahrzeug hat schon ein paar Kilometer und naja, es verbraucht etwas Öl und Sie haben mir gesagt, dass wenn ich die Viskosität im heißen Zustand erhöhe, zum Beispiel 30 bis 40 wird etwas weniger verbrauchen. Das Fahrzeug wird zwar etwas weniger verbrauchen, aber auch um zu sehen, ob Öl verbraucht wird, wo es verbraucht, weil es bei einem Treffen in A-Dichtung, in einer Dichtung im Gasrückführungsfilter einen Verlust haben könnte. Naja, okay, man muss gucken, wo das Öl verbraucht, denn das Normale ist mit der Zeit, mit Verschleiß zum Beispiel der Kolbenringe, naja, wenn es im Brennraum brennt, verschleißen Sie, weil es ist Öl, das verwendet wird, um zwischen Zylinder und Kolben zu schmieren, da dieses Öl am Ende in den Brennraum gelangt. Wenn Sie ein Viskus-RS-Öl hinzufügen, kostet es mehr, den Brennraum zu erreichen, es wird länger im Haltenwand, dann brennt es langsamer, dann kann es etwas weniger verbrauchen. Okay, aber ich bestehe darauf, das beste Öl ist das vom Hersteller angegebene, naja. Hier hast du das Video, wenn es nützlich war, mach vergiss nicht ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren.